Dem Rufe Gottes folgen. Der Gott der eigenen kleinen Hoffnungen, der in der eigenen Lebensbilanz ein erfreulicher Pluspunkt sein soll, ist nicht der Gott der Wahrheit. Der Allmächtige und Allbarmherzige lässt sich nicht verbuchen, weder für eine bestimmte Konfession noch für den Eigenbedarf. Er tritt ergreifend und erschütternd in unser Leben ein, reist uns aus allem Lebensallerlei heraus und weist uns kraftvoll den Weg. In der Bibel gibt es da schöne Beispiele. Mose hütet ein paar Schafe am Berge Horeb, wo plötzlich die Weisung Gottes an ihn gelangt. Führe mein Volk aus Ägypten heraus. Mose weicht zunächst zurück, dann aber schlägt er all seine privaten Lebenspläne in den Wind und tut, was ihm Gott aufträgt. Den Propheten Jona packt schlicht die Panik, als Gott ihn ruft. So schnell er kann, macht er sich zu Schiff aus dem Staub. Das Schiff kommt in ein riesiges Unwetter und als Jona sich zur Errettung der Besatzung über Bord werfen lässt, frisst ihn ein großer Fisch, der ihn aber auf Geheiß Jabes nach drei Tagen wieder an Land speit. Da ist ihm natürlich klar, dass er dem Rufe Gottes nicht mehr ausweichen kann. Petrus und Andreas werden von Jesus von ihren Fischerbooten wegberufen und folgen ihm auf der Stelle nach. Dieser Ruf ist jetzt. Ob man aber dazu einwilligt und sich hingibt oder ob man weiterhin Widerstand leistet, ist die individuelle Entscheidung der Seele. Das ist schicksalprägend. Geistesgegenwart bedeutet, für diesen Ruf jederzeit bereit zu sein und für die Konsequenz einzuwilligen. Lebendiges Leben ist das Unerwartete zuzulassen, dich dem Moment zur Verfügung zu stellen, bereit zu sein für die Intervention Krishnas. Die grundlegende religiöse Haltung ist die des Horchens, sensibel zu sein für den Ruf. Wie weit ist man bereit, Folge zu leisten, sich in Anspruch nehmen zu lassen von Krishna, auch wenn das mit persönlichem Verzicht verbunden ist. Simone Weil, wer mit Gott nicht eines seiner Wunschbilder empfangen will, der muss warten können in gänzlicher Aufmerksamkeit. Aber der Gäste wird die Vorbesitzung verbreiten, hat sich in die Vorbesitzung verbreiten.